hier ist mal wieder so ein objekt wo ich noch nicht genau weiß was daraus eigentlich wird habe ich vor jahren mal vom schrott bewahrt sollte mit so einem schrott habe ich gesagt naja raus kann es hier schon aber dann in meinen kofferraum und seitdem hängt es hier so in der garage rum und sammelt staub und dreck ja es ist eigentlich alles ein bisschen ausgeleiert lager sind alle so geht so reifen habt ihr ja gesehen die können wir natürlich wegschmeißen das macht keinen sinn mehr aber ich habe irgendwo da hinten da hängen eigentlich schon welche die könnten da vielleicht ja schauen wir mal das ist also ein peugeot rennrad müsste irgendwie aus den 70ern wahrscheinlich sein denke ich mir früher hatten die irgendwie andere plaketten das musste wahrscheinlich 70er sein hat diese bekannten schalthebelchen hier vorne vorne zwei kettenblätter hinten mehr und ja das ist alles schon ein bisschen ja hängt halt 30 jahre irgendwo rum und ich habe jetzt überlegt und bin auch noch nicht fertig mit der überlegung was denn hier raus wird was aber klar ist das muss alles erstmal zerlegt werden weil ich weiß nicht ob man das jetzt hört das ist auch irgendwie ziemlich hinüber oder trocken da unten muss man mal schauen und ob es überhaupt in dieser art und weise bleibt weiß ich auch noch nicht weil ich bin eindeutig kein rennradfahrer ihr wisst ja bei dem wetter viel trinken geht? rein nein rein rein li interessant mit diesen ausfallenden sollte eigentlich auch eine namenschaltung oder gar eine eingangs lösung wie es auch am alltagsrad inzwischen fahre eigentlich kein problem sein das muss ich mir dann noch mal genauer anschauen ja das hier ist leider sowieso gebrochen das ist hinüber hoch Wie das jetzt abgeht, ist eine echt gute Frage. Na super, jetzt habe ich gedacht, probiere es mal die andere Seite, das ist ja nichts zu wollen hier, ist mir praktisch einfach so entgegen gesprungen. Ist jetzt natürlich eine Kugel irgendwo verlustig gegangen, die muss ich wiederfinden. Hab sie. Ok, die andere Seite muss dann wohl doch noch ab. Ok, hier ist noch ein bisschen Zerstörungswut nötig, das kommt dann auch so weg. Ja, der Akku lädt wieder, Akkuschrauber leer. Kümmern wir uns doch erstmal um das, was hier so passiert. Kümmern wir uns doch mal wieder. 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 das waren alle kugeln wieso ist das unten kein geschlossenes schön noch eine noch eine noch eine ja ok also oben drin ist es in dem käfig unten drin nicht in dem käfig tja vermutlich muss ich dann mal in meine kugellager sammlung irgendwo da schauen aber das sollte man so eigentlich wieder instand setzen können das ist einfach nur festes altes fett saß uns noch ganz gut aus gut das muss jetzt ab und wenn das ab ist müssen wir noch diese lagerschale rausdrehen da hatte ich auch noch nichts für aber ich war gerade eben noch im baumarkt und damit soll es klappen tja zu früh gefreut hier steht hier steht 39 mm maximale öffnung na nun geht bei 35 nicht weiter ja 36 brauchen wir bei 35 hört auf da schlägt hier das stückchen da an da geht es nicht weiter da kommt kein weiterer zahn das war's ja den größeren hatten sie aber auch nicht das heißt wieder hingehen dann könnte ich ihn halt zurückgeben macht aber auch keinen sinn ich denke mal wir werden hier versuchen etwas anzupassen tada fast 36 aber ich habe schon geguckt reicht nun gut nach genauerer überlegung bleibt das dran das alte lager wieder verwendet weil ich habe hier stücke aus dem werkzeug rausgebrochen aber das kriege ich nicht abgeschraubt das ist bombenfest gut das bedeutet jetzt also alles schön sauber machen die lager wieder in schuss bringen ein paar sachen vermessen und entsprechende teile besorgen und dann kann das projekt eigentlich weitergehen aber naja messen besorgen bestellen warten so ist erstmal der plan also macht's gut und wenn ihr wollt können wir demnächst damit weitermachen kann eine weile dauern dus genau so ist